Hey Leute und willkommen hier zu einer neuen Runde The Surge. In der letzten Runde haben wir einen von den Big Sisters gekillt. War ein harter Kampf und jetzt sind wir abgestürzt und sind in der Forschungsabteilung gelandet. Lift oder rauf? Hm... Hier wird... Oh, hier geht's zur Medical Station. Nein, ich guck vorher runter. Ah, da komm ich nicht rein, das ist ja das im Scan wieder. Bin gespannt, wie lange das noch dauert. Ah, das ist der, der ist ja einfach. So, mal zurück. Nee, oder? Du repartierst den? Keine Ahnung. Komm her. Ach du langsam, Alter. So, einmal noch. Okay, jetzt gibt's neue Drohnen, die reparieren. Solche Drohnen wären für mich nicht schlecht, dass die mich ein oder so. Oder Ausdauer, Energie aufbomben oder irgendwas. Oh, hier sieht gar nichts mehr so aus. Natürlich. Wir alle kennen die Antworten darauf. Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge? Immerhin, das hat es zwei Jahrhunderte gedauert. Exo-Monteur, Second Skin. Also... Wir sind alle ungeduldig. Doch mit jedem neuen Tag... Mechanisches Gegengewicht. Mechanisches Gegengewicht, so. Was war das noch gleich? Hatte ich da noch die schwächere Auswirkung davon? Nein, 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 nein. Vielleicht war vom physischen Bonus schon alle das was. Eieiei, Version 3 ist schon nicht übel. Also ich glaube, ich werde die Innektionen wieder austauschen. Also ich brauche nur beim Boss 3... Äh, 9. Oh, da ist er. Wo geht's zur Medical Station? Hier oben? Nein. Hier nicht. Töpfchen. Noch ein Töpfchen. Hallo Medical Station. WC ist schon wieder. Oh, was haben wir hier? Hör auf. Oh, warte. Hat das angezeigt? Ne, warte, warte, warte. MK99 Raketenantrieb. Wurde um an einem Tag erwart. Einschätzung biomechanischen Widerstand. Widerstand. Oh, da ist eine Medical Station. Hey, wer bist'n du? Alec Norris. Alec Norris, der Name sagt mir irgendwas. Äh, was ist denn los? Was ist passiert? Ich habe sie verloren. Ich habe mein Mädchen verloren, meine Kleine. Wir wurden angegriffen auf den Fluren und... Ich weiß nicht, es ging alles so schnell. Jetzt... Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich denke nicht, dass ich dir helfen kann, aber natürlich kann ich mir helfen. Ich werde versuchen, sie zu finden, okay? Aber du musst dich beruhigen. Hast du irgendeine Ahnung, wo sie sein könnte? Ich... Ich weiß es nicht. Ich... Vielleicht in mein Büro. Wir sind nicht weit gekommen. Sie... Sie könnte zurückgerannt sein. Das hier ist der Zugangscode. Maddie ist alles, was ich habe. Okay, äh, wer bist du? Okay, beruhige dich. Also... Wer bist du? Alec. Mein Name ist Alec. Ich... Bitte. Ich muss sie finden. Sie ist ganz allein. Weißt du, was hier los ist? Schätze, du hast auch keine Ahnung, was hier los ist, oder? Nein. Nein, ich... Ich dachte, es ist lecker an mir. Dass irgendwas mit meinem Neurolink nicht stimmt, alles wurde schwarz. Aber dann habe ich Maddie gesehen. Sie war außer sich. Und die Flure, die Labore... Wie leergefegt. Als wären wir in einem Albtraum aufgewacht. Keine... Sau weiß, was hier besitzt ist. Bitte. Finde mein kleines Mädchen. Ja, werden wir mal machen. Äh... Organizer... Was sehen wir hier? Wollen wir mal machen? Von Cree Offiziell... Deutsche Nutzer... B. Markov... Mir kommt der Name so bekannt vor. Novak... Ferguson... Bean... Mr. Bean ist auch dabei. Chavez... Ja... Ne... Ist hier nichts dabei. So, und da werden wir gleich alles abgeben. Da... Wo habe ich noch... Wenn ich den Detektor... So... Okay, das Rufzeugen aufwächst. Ja schon. Und schon langsam werde ich gerne so eine... 1-4-3-Rüstung. Meld dich so schnell es geht. Lass mich... Ja... Ja... Okay, wir reden jetzt erst mit dir. Dann nehmen wir den Audio-Lock. Scheint, als hättest du ein sicheres Talent irgendwo zu stranden, wo du nicht hingehörst. Wie bist du in der Forschungsabteilung gelandet? Es ist ein gesicherter Bereich. Du musst verschwinden, bevor der Werkschutz auftaucht. Ähm... Alles okay. Wie läuft's bei dir? Alles okay? Ich weiß es nicht. Ich wurde nicht für sowas ausgebildet. Was auch immer passiert ist, hat das gesamte Netzwerk getroffen. Es ist alles verlinkt. Sämtliche Systeme. Ich habe Angst. Ich hoffe nur, dass der Vorstand uns helfen kann. Das war's mir nicht? Okay. Woher weiß denn die Frauen mehr, wo ich bin? Verschwinde da unten, so schnell du kannst. Und jetzt ist ein Audio-Lock. Lock 2. Über Nacht hat es sich entwickelt. Die Punkte sind zu Strukturen geworden. Dicke, schwarze Wehen unter meiner Haut. Sklerotisch. Es ist kein menschliches Gewebe mehr. Es ist etwas anderes. Ich bin rauf in die Service-Station und habe eine Probe von meinem rechten Unterschenkel genommen. Die Strukturen sind dort bei weitem am ausgeprägtesten. Der Bereich war vollständig taub. Eine Betäubung nicht erforderlich. Ein Schnitt durch die oberen Hautschichten ermöglichte mir die Entnahme einiger Kubik Millimeter Gewebe. Die Analysen laufen noch. Da schneidet er sich einfach was raus. Was tue ich denn hier? Also 5-0-Open-Tal abgeben und dann noch das Implantat wechseln. 1-500-Macken zu haben. mehr damage ist immer gut. Nein, dich wollte ich nicht wegtun. Ich wollte dich wegtun. Du hast es. Nein, du bist Mk2. Du bist Drei. Sehr schön. So. Sei vorsichtig da draußen. Neuschaffung der Natur durch Technik. Nanostruktur, globale Nutzbarkeit, wie aus Abfall Hightech-Material wird. Ufa! Oh, was war das? Was war das? Nanostruktur, schematische KI, sofortige Werkzeugherstellung. Nanostruktur, autonome Herstellung der Ersatz für traditionelle 3-Titel. Wo soll ich jetzt hingehen? Oh, kann ich jetzt ruhig? Nö, kann ich nicht. Na, da hinten muss ich. Oh, was steht denn hier noch? 2050, in einer der meistgesehenen Übertragungen eurer Zeiten enthüllt Jonah Gutenberg Projekt Resolve. Seitdem liegt Krios ganzer Fokus auf Resolve, um der Menschheit eine bessere Zukunft und eine Rückkehr ins Paradies zu bieten. Ah, so sieht es aus. 2046, der Neuralink einbeherztes junge Startup namens Krios setzt durch innovatives und intuitives Design neue Maßstäbe. Heute ist es kaum vorstellbar, wie wir jemals ohne ausgekommen sind. Oh, da will ich noch nichts sagen. Kann ich mich da reinleihen? Uh, warte mal hier, warte mal hier. Forschung und Entwicklung waren entscheidend für unsere anhaltende Mission bei CREO. Wir verbessern und verfeinern unsere Methoden tagtäglich. Wir haben die Lösung, um den Kampf für unsere Zukunft fortzusetzen. Wir machen durch. Ja. Ah. Weapons. CREO IP-45. Intuizer. What is that? Alter, ist der schwach. Was? Einer, warte mal. Ach der, ich bin hier voll. Eure Wolltoch. Beidseitig montiert. Angriffskraft ist sehr niedrig, dafür hoch. Hoch haben wir auch. Waffenscreen ist mittel, wir haben hoch. Und Gewinnung 5%. Und Gewinnung 5% auch. Die Waffe ist schlechter als unsere. Was hat denn die für einen Sinn? Macht irgendwas? Detals. Im Dalschauen, ja ja, CREOS Liebling, Stone Haggard, bringt es auf den Punkt. Bei kritischem Stromverlust kann ein Operator den E-User einsetzen, um Energie direkt in das schwaches System zu leiten. Ja. Wenn wir Energie brauchen, dann wissen wir wo sie ist. Oh. 2072. CREO enthüllt Atlas. Eine neue Generation von Rigs und ein gewaltiger Sprung in den Exoskelet-Enalogie. Heutzutage sind CREOS Exos weltweit im Einsatz. Egal ob Minenarbeiter oder Feuerwehrmann, bei CREO steht es. Stehst du garantiert an erster Stelle. Das war jetzt 72. Resolve war 55. Also ist die Forschungslage jetzt so lange schon inaktiv? Wow, 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 wow. Was denn das jetzt? Klar. Also hier kämpfen wir nicht gegen Psychos, sondern gegen die Sicherheitsleute. Also wenn der jetzt nachlädt, greifen wir mal so einen Typen an. Schauen wir mal so einen Typen an. Schon klar. Schon klar. Schon klar. Irgendwann. Ich sehe gerade. Auf F. Alles klar. ja es ist egal ob ich schaden ich muss noch mal zurück ich dachte das käme automatisch wenn ich die energie habe nicht auswählen muss weg mit ihr und dazu kommen ein bisschen schott so noch mal zurück ja ich gehe gleich zurück so implantate das heißt das zeug muss ich jetzt weg geben habe ich gedacht das geht automatisch da was nehmen wir dann nein nein oder leben wenn wenigstens können ausgeführt werden zehn prozent ja kaum immer das heilung nebenbei ist auch nicht schlecht jederzeit wieder muss ich halt erst meine finnig sequenz machen er wird ein karten übernommen oha also der ist ja wieder da die uns und und nochmal? Nein. Weg, 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 weg. So, hat er eine Schwachstelle? Jep. Na komm, na komm. Ah, jetzt wäre eine Finish-Sequenz gewesen. Ich bin wieder so gierig. Ah, der Typ wieder mit dem Wumme, aber der ist eigentlich einfach. Der Flammentyp ist der Hartnäckige. Alles zerteppern. Boom. Was habe ich gemacht? Was war das jetzt? Adrenalin-Injektor. Wie gibt der? MK4. Verstärkte Sinne, wodurch gegnerische Bewegungen verlangsamt erscheinen. Aber dann müsste ich wahrscheinlich meinen anderen Typ... Ja, gut, das liegt ja, das ist klar, ne? Arrrra. Wäre zwar geil, aber niemals will ich meine Heilung austauschen. So, was ist das? Da steht jemand. Das sieht normal aus. Die Tür kann nicht, weil der muss geöffnet werden. Bitte, wenn Sie der mal auf der gegenüber linken Seite... Das ist der selbe one? Ich muss doch sagen, ich bin ausgesprochen verwundert, dass der Vorstand jemanden für die Inspektion entbehren konnte und das unter den gegebenen, sagen wir, Umständen. Wie auch immer, ich bin Dr. Gene Barrett, Leiter des Utopia-Projekts und der Forschungsabteilung. Oh, bitte um Verzahung. Darüber sind Sie natürlich im Bilde. Also, dann kommen wir doch einfach gleich zum Geschäftlichen. Wir wollen doch nicht Ihre Zeit verschwenden, nicht wahr? Bitte, schauen Sie sich um. Sie werden sehen, es ist alles in bester Ordnung. Ich bereite derweil alles vor für unsere kleine Unterhaltung. Klar, zu ihm kann ich nicht rein. Barrett, ist das nicht der Kollege von Dr. Chavez, der Egoist, der eigentlich Resolve in der Ruine getrieben hat? Vermute ich jetzt, ne? Nein, da steht einer! Ah, ich bin noch neben ihm. Okay. Augen auf. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Was hat denn der wie? Schön viel Energie verloren. Ah, leben. Was, wie oft noch? Alter, lad mal nach. Gib mir deine MK3. Komponenten. Ah, jetzt kommt die auch. Ach, okay. Wieso verbringt er nicht den anderen Typen? Wären wir lieber. Ja, dreht nur durch, dreht nur durch. Ja, jetzt. Nein, warum? Das ist unfair jetzt. Ich laufe mal zurück. Oh, der kommt sogar nach. Oh, der andere kommt auch nach. Geh weg. Ich brauche nur einen. Ah, komm herauf. Wie weit kommt noch her? Wir erforschen neue Methoden, welche die... Okay, der verbindet sich jetzt. Ja klar, noch ein dritter Typ. Der killt sich noch selbst, der Mongo. Komm, zünd doch mal. Hahaha. Sind da jetzt zwei? Die laufe mal wieder weg. Wieso kommen nicht so viele? Was, 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 was? Was? Okay, dann laufst du weg. So, weg mit dir. Oh, jetzt ist er weg. So, da war der Nummer eins. Und ein anderer Typ. Ah, doch, misser. Jetzt kann er mir wieder helfen, den Typen anzugreifen. Ja, 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 ist ja gut. Ja, ja, ist ja gut. Das war jetzt blöd von mir. Äh, wie kommen wir gerade auf zu dem? Ah, es sind zwei. Oha, oha, ich muss weg. Jetzt schnappt ihr über. Ich könnte ruhig alle selbst umbringen. Woho, oha. Ei, 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 ei. Na, komm mal auf. Okay, ich kriege dann. Das ist natürlich wieder ein Nachlan. Der hat sicher MK3-Komponenten. Da bin ich mir ganz sicher. Jetzt kann es wieder. So, Nummer eins ist weg. Du hast ja dieselbe Rüstung wie ich, oder? Oder nicht? Ja, schon, oder? Ah. Kam zu spät. So, haben wir hier noch was Interessantes. Aha, aha, ja. Na, noch Masenflusskontrolle. Uh, was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Projekt Utopia. Organische Kollateralschäden voraussichtlich bei 95% weltweit. Alles klar. Also fast alle auslöschen. Wo ging der Teil jetzt hin? Hier nicht. Wait, 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 wait So, das ging jetzt auf die andere Seite, das heißt ich komme jetzt zu den Typen hin. Oh, ich dachte jetzt wäre was drin. Ja, ich gucke vorher nach, ob die Tür jetzt offen ist. Nö, aber die ging doch, oh nein, die kommt da raus. Ich gehe da her, da hin, da geht sie nach rechts, da weiter, hier durch, hier hin, oh, das war eigentlich nur für den Lift, alles, klar, gern. Na gut, dann hören wir uns die Mail an, aber erst in der nächsten Folge, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über Likes oder Kommentare freuen und wir sehen uns, tschüss.